Der Loadrunner in drei Worten. Schnell, innovativ und zukunftsorientiert. Der Loadrunner Test läuft seit letzter Woche. Also wir sind begeistert davon. Ich hätte nicht erwartet, dass das so gut läuft, dass die Pakete so schön sortiert werden. Ja, das ist absolut faszinierend für uns, auch die Geschwindigkeit und auch natürlich diese Schwarmintelligenz, die wir hier sehen. Das begeistert und das ist Spielzeug für große Jungs jetzt in der aktuellen Phase. Der Test hier bei DPD hilft dem Loadrunner einfach einen weiteren Meilenstein zu erzielen auf dem Schritt zur Marktreife. Der Loadrunner ist für uns ein absoluter Game-Changer. Wir sind froh als innovativer Player am Markt, dass wir dabei sein dürfen, dass wir hier in Köln-Portz diesen ersten Sortierversuch begleiten dürfen. Ja, es ist super wichtig, einerseits natürlich Kion auf der Entwicklungsseite zu haben, die Erfahrung haben mit großen automatisierten Systemen, solche auch zur Marktreife zu bringen. Aber genauso wichtig ist es eben auch, von Anfang an in so einer Entwicklung Partner zu haben wie DPD, wo man solche Entwicklungen auch im prototypischen Zustand sehr früh im Markt dann auch testen kann. Es gibt Szenarien, wie man das skalieren kann auf Deutschland. Wir überlegen natürlich schon, aber es ist ein ganz, ganz frühes Stadium, was wir hier sehen. Deswegen ist für uns natürlich jetzt im nächsten Schritt die Industrialisierung mit Kion gemeinsam interessant. Also da haben wir noch was vor uns, bis das Ganze dann marktreif ist.